Musik Es werden keinerlei grafrechtliche Relevanzen hier in Kraft treten. Es ist auf Deutsch, meine Mutter und mein Vater sind da drüben. Kann ich jetzt hier rüber, hier meine Eltern besuchen gehen, ja? Das war wirklich Wahnsinn. Wir sind einfach durchgelaufen, ohne dass er ihn kontrolliert hat. Was haben Sie jetzt gemacht hier in West-Bilden? Nur erst mal rüber, erst mal auf dem Boden stehen, die Füße auf der Erde haben. Das war alles erst mal. Nur mal rüber. Nur mal gucken, ob es stimmt. Okay, warum hast du das Ball hier? Ich bin zurück nach England für ein Souvenir. Ich war in Berlin, und mein Vater war hier, wenn es war. Und ich wollte es zurücknehmen.